Ganz langsam. Sehr gespeichert. Bis zum nächsten Mal. Der ist noch nicht geraten. Da kommt auch nix los, hat er einen Geburtsraum. Da haben wir so einen Geburtsklinik. Das ist toll, wenn du nicht gehst. Das ist schon ein bisschen gespeichert. Das ist schon ein bisschen gespeichert. Wir haben schon auf Zeit nichts, oder? So, du. Das Bein dreht uns vor 30 Jahren schon sehr gespeichert. Der Kroger ist, verstehst du? Da geht auch nix. Der Kroger ist ein bisschen...